Ich versuche heute mal mein Abendessen zu fischen. Mal schauen, ob ich Glück habe. Ich bin auf dem Lech und hier gibt es jede Menge Seegras. Es ist gar nicht so einfach hier zu angeln, aber die Hechte, die lieben das. Die sitzen gern hier zwischen dem Seegras, verstecken sich da drin und warten vielleicht genau auf meinen Köder. Hier gefällt es mir ganz gut. Hier bin ich an der Kante von so einem Seegras-Teppich. Da werde ich am Rand entlang die Angel auswerfen und mein Glück versuchen. Als erstes probiere ich es mal mit so einem Köder. Der schwimmt auf der Wasseroberfläche und hat hier solche Haken. Krauthaken nennt man die. Die haben so einen Schutz über den Haken, dass, wenn sie durchs Kraut gehen, kriegt man nicht so viele Hänger. Da habe ich jetzt einen Fisch bringen sehen. Den kriegt man meistens nicht, aber ich versuche es mal. Oh. Yeah. Untertitelung. BR 2018 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 Das ist das einzige was ich fange. Es ist zum Kotzen. Musik Ah, was ein Case. Ich bin bestimmt das 20. Mal draußen. Keinen einzigen Fisch gefangen. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Aber Spaß macht es trotzdem. Musik 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 Musik